Ja, nach dem Restart der All About Automation sind wir erstmal als Aussteller sehr, sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit wieder haben, uns hier mit unseren Kunden zu treffen. Zumal Kundenbesuche in-house mittlerweile sehr schwer geworden sind aus diversen Gründen, Corona-Infektionen und so weiter, die Gefahr. Umso wertvoller ist die Zeit, die wir hier mit den Kunden gemeinsam verbringen können. Also ja, wir als Firma Float Chief sind ja schon seit von Anfang an dabei hier und auch jetzt der Restart erleben wir durchaus positiv, dass wir auch merken, dass vor allem die Neukunden sehr gerne wieder persönlich auf die Messe kommen. Ja, wir sind froh, dass es wieder losgeht mit den Messen, mit dem persönlichen Kundenkontakt. Trotz allen Online-Möglichkeiten, die man heute hat, ersetzt es eben nicht das persönliche Gespräch und wir haben wirklich schon sehr gute Gespräche heute geführt. Ich war heute Morgen überrascht. Ich hatte das Vergnügen, den Redner-Teil zu eröffnen mit dem ersten Vortrag und alle Plätze waren belegt und drumherum sammelte sich nicht auch noch eine Corona an Menschen. Natürlich hat man die Abstandsregeln eingehalten. Ich fand das sehr, sehr gut heute. Ich denke, auch viele hatten die Sehnsucht, mal aus dem Homeoffice rauszukommen. Und wie gewohnt ein sehr qualitativ hochwertiges Publikum. Also es kommen Menschen mit wirklich konkreten Anwendungsfragen, die wir dann hier auch vor Ort gleich klären konnten. Ja, wir sind äußerst positiv überrascht. Wir hätten mit wesentlich weniger Besuchern gerechnet. Also der Standort Chemnitz ist äußerst positiv. Vielen Dank für's Zuschauen.